So, nach dem Spielen sind sie hier alle in der Welpenstube und das Schöne ist, dass sie auch wirklich so einen tollen Rhythmus bekommen. Also den Rhythmus einmal durch uns, durch die Elterntiere, den Rhythmus dadurch, dass sie frei wählen können und es ist immer, dass sie eine gute halbe Stunde draußen sind zusammen und danach wirklich total relaxed hier in der Welpenstube wirklich zur Ruhe kommen, weil halt auch die Elterntiere ihre Balance haben. Davon spreche ich ja immer, von der einerseits Epigenetik, das, was die Elterntiere genetisch weitergeben und was sie hier bei uns zu Hause einfach live erleben. Da ist ja die Hundeklappe und hier ist dann die Welpenstube. Wir wünschen euch einen zauberhaften Tag.